Was ist Gewerbesteuer? Auch hier setze ich hier an für die Antwort und nehme den Begriff nochmal auf. Gewerbesteuer ist die Steuer, die. Und jetzt kommen im Prinzip zwei Dinge. Die von Gewerbetreibenden, das sind die, die ein Gewerbe haben und es auch betreiben, zu zahlen ist. Jetzt kommt der zweite Aspekt. Diese Steuer geht an die Gemeinden. Gewerbesteuer ist also die Steuer, die von Gewerbetreibenden zu zahlen ist, geht an die Gemeinden. Und an die Gemeinden, man kann auch sagen Kommunen, geht. Das ist die Gewerbesteuer. Die nächste Frage, die der Prüfer übrigens hier anschließen kann, ist die Frage, was ist denn ein Gewerbe? Denn nur, wenn man ein Gewerbe betreibt, muss man Gewerbesteuer zahlen. Und dann wäre ein nächster Begriff, der dann hier auftaucht, die Freiberuflichkeit. Wir unterscheiden in Deutschland die Freiberufler, Ärzte, Architekten, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Künstler. Das sind Freiberufler und auf der anderen Seite die Gewerbetreibenden. Also wenn man hier über Gewerbesteuer redet, dann muss man wissen, ob derjenige ein Gewerbe betreibt oder vielleicht Freiberufler ist. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.